Ein ICE jagt über die Neubaustrecke Würzburg-Hannover. Heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Doch wer war an der Konstruktion der Schnellenzüge beteiligt? Blicken wir dazu zurück. Essen im Ruhrgebiet in den 30er Jahren. Die Stadt ist Heimat der Firma Krupp. Das Unternehmen ist eng mit der Eisenbahn verbunden. Die riesigen Werkhallen waren ein Wahrzeichen in der Stadt. Gleichzeitig war Krupp einer der größten Arbeitgeber in der Region. Bereits 1845 liefert Krupp die ersten Gussstahlprodukte für das neue Verkehrsmittel Eisenbahn. 1849 setzt Alfred Krupp mit der Erfindung des nahtlosen Radreifens neue Maßstäbe. Jahre später werden die drei Radreifen zum Firmensymbol. Seit 1997 ist der Fahrzeugbau eingestellt. Zu den letzten Produkten gehört der mechanische Teil vieler ICE-Triebköpfe, die täglich mit ihren Mittelwagen über die Neubaustrecken fahren. Schauen wir langsam zurück auf die vielen Krupp-Produkte. Basis für die ersten ICE ist die damals neue Drehstrom-E-Log-Baureihe 120, von der ab 1979 fünf Prototypen auf die Gleise kommen. 120-005 hat gegenüber den anderen vier Loks eine leicht geänderte Stirnfront. Der typische Knick sitzt etwas tiefer. Ihren Lebensabend verbringt 120-005 bei der DB Systemtechnik Minden. Heute steht sie im Museum in Weimar. Der Serienbau beginnt erst 1987. In zwei Jahren werden 60 Maschinen der ersten Seriendrehstrom-Log ausgeliefert. Krupp ist jeweils am mechanischen Teil beteiligt. 120-113 ist mit einem Intercity unterwegs. Zusteigehalt in Plochingen. Der Serienbau Doch in Essen entsteht in den 50er, 60er und 70er Jahren vieles mehr. Auch die noch mit herkömmlicher Technik ausgestattete Baureihe 111. Die vierachsige E-Lok wird ab 1974 in über 200 Exemplaren beschafft, die fast alle heute noch aktiv bei DB Regio im Einsatz stehen. Fast gleichzeitig mit der 111 entsteht ab 1972 die Baureihe 151. Die schwere Güterzug-Lok wird in 170 Exemplaren gebaut. Auch Krupp ist am mechanischen Teil beteiligt. Weit über 100 von ihnen stehen noch heute im Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017